Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Armeisenvideo. Ja, ich habe gerade so heute bei meinen Königinnen im Gartenhaus nachgesehen. Und dort war eine der Lasus Flavus Kolonien mit zwei Königinnen ziemlich tot. Aber die eine Königin lebte gerade noch so. Das habe ich nur gemerkt, weil sie mit dem einen Fühler leicht zuckte. Die war genauso zusammengekrümmt. Der Gas da war ganz zusammengeschrumpelt. Und jetzt habe ich die immer mehr ein bisschen aufgepäppelt. Hier ein bisschen Zuckerwasser gereicht. Ist natürlich erst mit dem ganzen Kopf reingefallen. Dann habe ich das immer weiter optimiert. Dann ein bisschen befeuchtet, um das Zuckerwasser ein bisschen abzuwaschen. Jetzt kann sie sich schon selber säubern. Ja, ganz gut funktioniert es. Ich halte euch von dieser Königin auf dem Laufenden.